Mit großer Leichtigkeit wandert der Bleistift über das Papier. Der Künstler Kai Klare besitzt ein außergewöhnliches Zeichentalent und eine Vorliebe für Themen aus der Geschichte. Da habe ich ein Hörbuch bekommen von einem Freund. Da ging es um die Geschichte von Godus Heus, also diese komischen Irrfahrten von ihm. Und dieses Hörspiel fand ich so faszinierend. Ich weiß nicht, da fing ich irgendwann, während ich mir angehört habe, mit dieser Komposition an. Gerade bei diesem Beginn von der Zeichnung fand ich es wirklich schön, diese eine Frauengruppe zu haben, dann ist hier diesen einen Mann. Und der Clou ist eigentlich dann noch gerade von der freien Zeichnung, wie auch dieses eigenartige Dach jetzt hier anfängt. Also sprich oben die Form, die umgreift die vier Körper. Und natürlich auch unten dann die Gegenform. Kai Klare lebt und arbeitet in Nürnberg. Der 37-Jährige hat das Zeichentalent von seiner Mutter geerbt, einer gelernten Bauzeichnerin. In Sachsen-Anhalt geboren, aufgewachsen in der Oberpfalz, studierte er schließlich an der Nürnberger Kunstakademie. Neben klassischen Porträts denkt er sich manchmal auch ganz skurrile Situationen aus. Zeichnerische Grenzen kennt er nicht. Man hat irgendwann, wie soll ich sagen, so viele Dinge vor Augen. Man kann dann auch vor dem Geiste auch den Körper drehen und wenden. Ich meine, Vorlagen nehme ich manchmal dann auch her, oder wenn man auch manchmal irgendwas sieht, gerade auch bei vielen Filmen oder im Fernsehen oder so, und denkt sich nur, Wahnsinn, das heißt, das ist so schön aus dem Bild. Kai Klare ist ein künstlerisches Multitalent. Sein Atelier ist voll mit kleinen Figuren in ungewöhnlichen Positionen, von ihm in Bronze gegossen und bunt bemalt. Nebenzeichnungen hängen an den Wänden auch zahlreiche Ölgemälde. Die Ruine des Zisterzienser-Klosters in Greifswald. Kai Klare hat sie gemalt, wie schon vor ihm Kaspar David Friedrich. Beide lieben das romantische Motiv Wald. Für mich ist der Wald einfach nur ein Ort, der sehr viel Frieden ist eigentlich. Das ist ein wunderbarer Ort und mit Angst hat das für mich gar nichts zu tun. Das ist einfach nur eine wunderbare Sache, gerade auch von der Malerei her, da freie Kompetitionen zu finden, Räume aufzumachen. Und eigentlich, mein Gott, gerade mit dem Thema Wald kann man sich ja wirklich auch tot komponieren. Man kann da ja wirklich hunderte Bilder machen. Und jedes Mal ist das wieder aufs Neue schon spannend. Der junge Künstler malt auf Aluminiumplatten. Ein Untergrund, den er auch schon angeschmolzen hat, um seinen Feuerläufer besonders intensiv darzustellen. Menschen zeigt er gern in ungewöhnlichen Posen und in speziellen Umgebungen. Diese Frau balanciert gebückt durch Bücherberge, so als wolle sie der Masse an Texten entfliehen. Gegenüber ein junger Mann im wilden Tanz. Ein Gemälde ist Kai Klare sehr wichtig und absolut unverkäuflich. Es zeigt einen Mann, der vor 600 Jahren lebte und für seinen Glauben auf dem Scheiterhaufen endete. Das ist Jan Hus. Das ist ein Bild, was da schon zwei Jahre alt ist. Und für mich ein ganz spannendes Thema, über diesen Mann, nicht? Da schon vor dem Martin Lotto Ideen hatte mit einer neuen Kirche. Klar, es lebt natürlich auch von dem einen Auge, nicht? Also wie er jetzt schaut, plus dann diese Blutfarbe und natürlich auch dieser seltsam lächelnde Mund. Ob mit Bleistift, Farbpinsel oder Tuschfeder. Für Kai Klare bedeutet das intuitive Gestalten ein tägliches Abenteuer.